Am 7. Juni finden sieben Kommunalwahlen und die Europawahl statt. Immer mehr Wählerinnen und Wähler entscheiden sich sehr, sehr spät, ob sie zur Wahl gehen und wie sie abstimmen. Deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, es kommt darauf an, die letzten Stunden, die letzten Tage zu nutzen, möglichst viele Wählerinnen und Wähler an die Urne zu bringen. Es geht darum, für ein soziales, ein ökologisches, ein demokratisches Europa abzustimmen. Die Stimmabgabe für die Linke ist auch ein Denkzettel für die Große Koalition in Berlin. Deshalb, raus aus den Federn, ran an die Menschen. Wir haben die Riesenchance, ein zweistelliges Ergebnis zu den Europawahlen zu erzielen. Das ist doch ein lohnenswertes Ziel, die letzten Tage etwas mehr als bisher schon zu machen für unseren Erfolg am 7. Juni. Die anderen mögen böse schauen, wir mögen lächeln.